Schnellbausteine auch im Outlook nutzen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier Outlook geöffnet, mache eine neue Mail und es erscheint sofort ein Mailfenster mit einer Signatur. Ich will nun aber nicht eine Signatur, die immer automatisch erscheint und die man hier einfügen kann, unter Signatur oder auch bearbeiten kann. Ich will einen Schnellbaustein. In Word geht es ja wirklich schnell. Ich wechsle hier zu Word. Ich habe hier einen Brief. Bei Word muss ich zum Beispiel immer diesen Gruß hier unten hinsetzen und ich kann hier wirklich schnell einen Schnellbaustein machen. Ich markiere das alles samt Unterschrift, gehe zu Einfügen und bei Einfügen in der Gruppe Text zu Schnellbaustein und hier zu Auswahl. Ja, ich habe ja etwas ausgewählt. Zu einem Schnellbaustein machen. Ich gebe diesem Schnellbaustein noch einen kurzen, knackigen Namen. Gruß. Okay. Und nun existiert dieser Schnellbaustein. Ich mache ein neues Word. Füge nun ebenfalls bei Einfügen Schnellbaustein, diesen Schnellbaustein wieder ein oder noch schneller geht es mit. Ich schreibe dieses Kürzel, drücke die F3-Taste und sofort erscheint wieder dieser Gruß. Dasselbe will ich ja nun in Outlook auch machen. Ich bin hier in Outlook, aber ich habe hier nirgends bereits Einfügen. Ich habe aber eine Mail bereits begonnen und hier gäbe es das Einfügen. Es gibt auch hier Text, auch hier Schnellbausteine. Aber hier gibt es ja noch gar keine Bausteine. Ich muss zuerst einen Text einmal schreiben. Das mache ich nun. Zum Beispiel so. Ich habe hier geschätzte geschrieben. Das heisst, ich könnte nun geschätzte oder geschätzter nachher das ergänzen. Dieser Text hier, den muss ich dauernd immer wieder texten. Und den will ich nun zu einem Schnellbaustein machen. Ich habe ihn markiert. Ich gehe wieder zu Schnellbausteine. Jetzt, wo ich etwas markiert habe, kann ich hier sagen, die Auswahl soll ein Schnellbaustein werden. Klicke hier drauf. Ich gebe diesem Schnellbaustein wieder einen kurzen, knackigen Namen. Freude. Okay. Und immer wenn ich das nun brauche, ich lösche das nun einmal. Immer wenn ich diesen Baustein brauche, kann ich entweder hier Freude schreiben. Freude. Und F3. Dann kommt sofort dieser Baustein. Oder ich lösche das nochmals. Ich könnte auch einfach den Cursor hier hinsetzen. Und jetzt, wo ich am Mail schreiben bin, unter Einfügen zu Schnellbausteine. Hier steht ja dieser Schnellbaustein. Und ich sehe das Kürzel hier oben. Freude. Aber ich brauche das nun gar nicht. Ich klicke auf den Schnellbaustein. Und da ist er. Und ich kann das noch ergänzen. Und losschicken. Die selben Bausteine stehen auch im Kalender zur Verfügung. Wenn ich hier auf den Kalender wechsle, hier einen neuen Termin mache und hier unten hinklicke, habe ich wieder die Möglichkeit unter Einfügen, Schnellbausteine, hier sind sie wieder. Oder auch hier einfach das Stichwort Freude und noch die F3-Taste. Und der Schnellbaustein ist hier eingefügt. Natürlich passt das nun nicht zu einem Termin, aber man kann ja auch mehrere Bausteine erstellen. Das war's.